Sie schmecken ein bisschen nach Wald, ein bisschen nach Nüssen. Trüffel sind ja eine Delikatesse, die wir wahrscheinlich am ehesten mit Italien oder Frankreich in Verbindung bringen. Dort geht der Landwirt mit seinem Schwein in den Wald und das erschnüffelt dann die Pilze. Trüffel gibt es aber auch hier in Deutschland, nur dass sie hier unter Artenschutz stehen und nur aus wissenschaftlichen Gründen gesucht werden dürfen und auch nicht von Schweinen, sondern... Darf ich vorstellen? Ike van Dijk, ein italienischer Wasserhund mit besonderer Nase. Er sucht im Iksfeld nach Trüffeln, zu wissenschaftlichen Zwecken. Seine Besitzerin Dörte Engelkes hat eine artenschutzrechtliche Ausnahmezulassung. Das heißt, beide gehen regelmäßig bestimmte Orte nach Trüffeln ab. Und das geht so. Ike findet, gräbt und wird gestoppt. Damit er den Trüffel nicht frisst, bekommt er eine andere Belohnung. Dann identifiziert seine Besitzerin die Sorte des Trüffels. Wir haben jetzt hier den Tuber Excavatum gefunden. Das ist ein nicht essbarer Trüffel, aber auch was ganz Besonderes. Und der ist hier in der Gegend verbreitet. Trüffel sind Pilze, die unter der Erde wachsen. Und zwar etwa 5 cm tief. Sie brauchen Laubbäume, lockeren Boden und kalkige Erde. In Deutschland gibt es mehrere Sorten, die von Sommer bis Winter wachsen. Ike wurde für diese Arbeit ausgebildet, was zwei Jahre gedauert hat. Ein Hund kann viel besser riechen, als ein Mensch es je könnte. Der geht irgendwo lang. Und auch wenn er nicht aufgefordert wird zur Trüffelsuche, kriegt er eine Böe mit oder einen kleinen Aromaschub. Und dann weiß er, dass er da suchen muss. Er riecht sogar Trüffel unter der Schneedecke. Mit Schweinen darf man dagegen nicht mehr nach Trüffeln suchen, weil sie im Wald zu viel zertrampeln. Außerdem könnte man sie nur schwer davon abhalten, das Gefundene selber zu fressen. Zum Beispiel diesen Sommertrüffel mit dem lateinischen Namen Tuba estivum. Die Trüffel müssen katalogisiert und untersucht werden. Unter dem Mikroskop erkennt man die Sorte genau. Das Ergebnis dieser Forschung ist bisher, dass es jetzt mehr Trüffel gibt, als man zunächst dachte. Die stehen unter Artenschutz und das ist auch gut so. Die sind schon selten, sie waren sehr selten und haben sich wahrscheinlich wieder erholt seit dem Zweiten Weltkrieg, als viele Wälder abgeholzt waren. Deswegen ist es für alle anderen auch verboten, Trüffel zu suchen.